Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Vor einer gefühlten Ewigkeit, also genauer gesagt vor ein paar Wochen, war ja das Pyroforum in Witten. Das ist so eine kleine Fachmesse für Pyrotechniker und Feuerwerk. Und am Ende der Veranstaltung gab es da ein fettes Vorschießen. Und da möchte ich euch direkt mal eben mein absolutes Highlight des Abends zeigen. Finale, Feuer frei. Und ja ich weiß, ihr habt wahrscheinlich schon Videos dazu gesehen, aber in diesem Video seht ihr jetzt wirklich nur die geilsten Sachen, die da geschossen wurden. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Abbrenner. Viel Spaß. Als das Vorschießen losging, hat sich kurz jede Firma vorgestellt. Und dann kamen die bekloppten Holländer. Denn die haben ihr Feuerwerk mit einem ganz besonderen Wort angekündigt. Und wir werden innen mit einem Spickklärer Feuerwerk Musikfinale. Ja, da fragt ihr euch, was kann man sich unter einem Spickklärer Feuerwerk Musikfinale vorstellen. Ja, und genau das seht ihr jetzt. Also viel Spaß beim Spickklärer Feuerwerk Musikfinale. Ja, liebe Leute. Ja, und wie ihr seht, es war okay. Und es hat keine 15 Minuten gedauert. Da hat es dann eine deutsche Firma mit der Ankündigung probiert. Und jetzt zum Schluss noch eine kleine Spectacle-Show, wie der Holländer sagt. Und Feuer frei! Ja, das waren jetzt die beiden Finals. Ihr seht, ich muss das Video sehr stark schneiden, weil sonst wegen der Musik das Video wieder gesperrt wird. Aber es gibt jetzt nochmal Ausschnitte mit den besten Effekten. Ach ja, und schaut auf jeden Fall bei Pyroland vorbei. Da gibt es 15% Rabatt auf alle neuen Produkte der Eigenserie. Links sind natürlich in der Beschreibung. Da gibt es 15% Rabatt auf alle neuen Produkte der Eigenserie. Da gibt es 15% Rabatt auf alle neuen Produkte der Eigenserie.